Ausbildung hat bei uns einen sehr guten Stellenwert. Wir garantieren unseren Auszubildenden eine abwechslungsreiche und praxisnahe Ausbildung. Zoller bietet eine berufliche Perspektive in einem weltweit erfolgreichen Familienunternehmen. Ich bin dazu wie im ersten Lehrjahr zur Industriekauffrau. Gleich am Anfang habe ich gemerkt, dass ich hier gut aufgehoben bin. Mein Aufgabengebiet ist sehr umfangreich und ich lerne jeden Tag echt viel Neues. Musik 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 Also ich mache meine Ausbildung zum Industriekaufmann, durchlaufe wirklich jede Erteilung hier. Das hat mir so meine Erfahrungen und kann mich so entscheiden, welche Stelle ich später hier im Unternehmen übernehmen will. Bis zum nächsten Mal. Zoller bietet mir viel mehr, als ich erwartet hatte und in jeder Abteilung stehen mir hilfsbereite und qualifizierte Kollegen zur Seite. Die Stimmung und die Atmosphäre im Familienunternehmen finde ich klasse. So stelle ich mir meine Zukunft vor. Bewirb dich jetzt, denn hier erwarten dich eine top Ausbildung und super Kollegen. Die Stimmung. Die Stimmung. Die Stimmung. Die Stimmung. Die Stimmung.